Wir haben genug, wir können den Rex holen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, ich muss mich jetzt erstmal leer machen, ich bin kaum noch bewegungsfähig hier mit dem ganzen Hammelfleisch im Moment. So, Tür zu. So, die XP-Potions, die kriegt alle der Rex von mir aus. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Pistalle. Der Chao hat uns das Leben gerettet. Da noch kippen. Jetzt. Ein bisschen was auf Damage, mein Lübscher. Wohl, was packe ich denn? Es sind hoffenweise Trillo-Bats. Echt? Das ist gut. Das ist schade, mein Lübscher. Däuner Schrammer. Phasen. Das ist gut, aber das ist gut. Geht, tschau, kommst du jetzt her da und hörst auf zum Spielen. Das ist schlimm mit dem. Wie ein kleines Kind. Ja, nur. Der will auch Spaß haben. Lass ihn. Danke. So, ich gehe mal ein paar Nagelbären sammeln, dass wir gleich... ...Pile herstellen können. Momentan. Haben wir ja nichts zum Betäuben. Na gut, gleich hoffentlich den Lex, aber... Erstmal schauen, ne? Hallo, der Luh hat ab für mir. Interessant. Interessant. Wie schaut's aus? Hast du's sedativ schon drin? Ich bin grad mit einem Hai beschäftigt hier. Ach, scheiße. Na, der blutet eh schon. Das ist irgend so ein Eternal oder Elemental Hai, also... Dann fahr ich dann in den Moment. Er hat wieder Haufen Dinoblut mit. Ah, sehr schön. Ich hab auch gezahlt. Er hat 21 Dinoblut eingesteckt. Oh, perfekt. Davon können wir nicht genug haben. Ne. Vollgeschmäh nicht, oder? Oh, da oben scheint entweder ein Drachen oder eine Wyvern rumzufliegen. Ja. In der Nähe von dem orange Bronco. Ich hab eben nur die Schwingen gesehen. Ich hab ja gedacht, er hätte weniger Effizienz gehabt, dadurch, dass er halt, naja, ziemlich einstecken durfte. Ja, das Problem, was ich jetzt hab, wie krieg ich ihn am besten her? Hast du schon nen Sattel? Ich hab nen Sattel, ja. Dann... Komm. Warte. Holst du ihn? Nein, am besten ist, du gibst ihn mir, ich bin schneller mit nen Heiter im Wasser. Ich bin doch so gut wie da schon. Okay, dann hole ich dir. Schnappe ihn dir. Pikachu. Ja, nee, ist klar. Ja. Ist ja einer. Pika, Pika. Wolle, Wolle, Rex ist da. Pssst, Elektrofeuer. Geile Meile. Warte. Kommst du schon, MinRex? Tuch? Ja. Ich hab nur gerade irgendwie aus dem Bild getippt. Oben scheint gerade mal alles ruhig zu sein. Sehr schön. Ich kann sogar Alpha-Cable bauen. Achso, das ist... So, sieben Leben kann er draufkriegen. Äh, Quatsch. Zehn Level, meine ich, kann er draufkriegen. Warte, er kriegt die XP-Potions noch. Ja. Guter Plan. Wir sind in einer Spezialwerkmecke drin. Ja, ja, ich weiß. Ammelfleisch nehme ich ihn mal raus. Das Leder auch. Ammelfleisch lass ihn vielleicht drin, aber ein normales Fleisch zusätzlich. Okay. Mal ein Zügenbuch haben. Noch die Hälfte packe ich ihm rein. Mal ein Zügenbuch. So, nochmal 40.000 Darts ausgehauen. So. Haben wir da jetzt zu aus? Leben hat er echt nicht so viel. Für mehr. 500.000. Movement Speed, denke ich, können wir auch 100 lassen, oder? Brauche ich nicht unbedingt. Da würde ich auch sagen. Muss nicht zwingend. Mehr auf Leben, vielleicht ein paar noch auf Damage geben. Ja. Hör da jetzt. Noch 10 Level auf Leben. Müsste ja so 800.000 haben. 770. Den Rest kriegt er auf Milli-Damage. Dann hole ich gleich Metall mit hin, oder? Ja, würde ich sagen. Und du schaust, dass wir genug Öfen und so kriegen und etc. Hm, wie viele brauchen wir, was meinst du? Bauen wir mal 10. 10 noch extra, oder 10 das gesund? Ja, dann D, D, D. Also so 15 Öfen hoch ungefähr. Ja, lassen wir mal. Und D, D, Upgrade Tools, Dings, Fums. Brauchen wir auch. Jawohl. Und wenn ich ein Tier sehe, was zu uns passen würde, nehme ich das mit, gell? Ja, ja, auf jeden Fall. Ah. Hast du noch irgendwo Nacko-Bären versteckt? Ähm, nein. Habe ich gerade alle verbraucht. Für was? Äh, Feige. Fack. Ja, sonst hätte man noch ein Sedativ bauen können. Ein paar Sekunden farben und du hast wieder genug Nacko-Bären. Ja, ja, ja. Was, wie viel habe ich jetzt? Egal, ich hole das einfach mal in Metall. Ich sehe noch Stein. Stein, Stein, Stein. Stein. Stein, Stein, Stein. Drache, hier gehe ich nicht hoch. Nein, nein, nein. Mit dem Drachen legen wir uns nicht an. Jetzt halte ich für eine ganz beschissene Idee. Ja, ich gehe etwas weiter vor, nicht. Ich glaub hier wär'n Feuer Kano Schau mal ob ich den Down krieg Ich hab ihn nicht geblieben Das ist ein Irish-Frei, ich werde es sehen. Auch blöd zu sagen, ohne Fernglas. Ich geh mal ein bisschen holzend. Vom Schaden her muss es ja ein Alpha sein. Ein Alpha, ja. 440, fuck. Können wir so ein Alpha-Ding herstellen? Dann muss ich gleich gucken, aber müssten wir theoretisch. Da oben wäre noch ein Blitz-Rex. Oh. Einer nach dem anderen. Ja, wir haben eh keinen Settortisch. Ja, warte, ich sammle schon Nakebären. Ich bin schon unterwegs hier. Ich schau gerade. Wie viele Nakebären braucht man für eins? Hast du das gerade im Kopf? 100. 100, okay. Oh, super. Hier habe ich ja im 0,5. Die Berge sind so schnell, da kann ich nicht laufen. Läuft. Schon wieder ein Alpha und ein Prime. Rex oder was? Ja. Da ist ja. Ich werde dich von dem bloß verändern. Wache da oben. Und Dominus-Drache bei uns. Toll. Ich weiß nicht, ob es ein Spieler ist oder nicht. Nein, kann kein Spieler sein. Ne, stimmt. Flugtiere können nicht beziehen können. Hab ich es dann gedacht. Ja, ist direkt bei unserem Strand. Das ist ein schöner blauer. Voll. Level 420. Hab ich gesehen. Ich merkte nur irgendwie, wie wackelt sich plötzlich alles. Ich lasse die Tür erst mal zu, bis es wieder hell ist. Boah, wo kann der denn so plötzlich hier rein? Die Chance. Und Kuhle, und Kuhle, und Kuhle, und Kuhle. Wie schaut es bei dir aus? Puh, ich töte hier gerade alles nach der Reihe. Okay. Ich kann nur nichts absteigen zum Looten. Ne, richtig. So lange noch irgendwas in der Nähe ist. Weil es so viele Scheißtiere hier sind. Ja. Da sind dreimal DNA noch. 28 Blut. Kristalle haben wir auch noch. Viele Herzen. Hm, ich kann so ein guter Zehn. Nein, für Prime Meat fehlen uns ein Herz, zwei DNA und Filet bräuchte mehr. Was brauch ich mal? Filet noch. Noch mal? Filet. Und ein Herz und zwei DNA. Für Primal, mhm. Für Prime, ja. So, wo ist jetzt dieser verfickte Drache? Oh, ho, 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 ho. Super, er ist direkt am U. Ähm. Bist du sicher, dass das kein Spieler ist? Malerweise nicht. Der bewegt sich aber ein bisschen komisch. Hast du die Tür zu? Ja. B, ja. B hier und U scheint gerade auf den. Man kann ja leider nur sehr beschissen erkennen. Ob da einer drauf sitzt oder nicht beim Drachen. Aber ich sehe Tiere, die wild sind, halt selten rückwärts laufen. Und der lief eben rückwärts hoch und hoch. Nee, ich glaube, da sitzt aber keiner drauf. Kann auch keiner, wie gesagt, drauf. Nee, eigentlich nicht. Ja, das Problem ist nur, wir kommen nicht mehr an unseren Strand. Der patrulliert hier nämlich, der kleine Wichser. Von der anderen Seite kommst du hin. Oh, er hat mich. Der hat eine riesen Reichweite.